Und damit herzlich willkommen zu einem ersten Video seit langem mit dabei ist ein hässliche Jahreszeit Hi Ja wir machen heute eine Challenge was ihr vielleicht schon seht Und zwar die No Texture Challenge von was weiß ich wem das ist Grüße hier raus an Jerem, ich weiß kalt, der das vorgeschlagen hat Und außerdem würde ich gerne in diesem Video ein, zwei Sachen ansprechen Dass man bei Herbst vorbeischauen sollte, da wir da das gleiche aufgenommen haben Ja, das ist natürlich auch, aber das war jetzt nicht mein primärer Gedanke bei dem Satz. Und zwar ist ja nächste Woche ab Mittwoch, glaube ich, bis Samstag, die Gamescom. Und ich bin von Montag bis Sonntag da. Ich bin von Montag bis Sonntag da. Und wenn ihr da irgendwie aktuelle Infos haben wollt, was auch immer, blablabla, einfach Twitter folgen. Ich werde probieren, wenn bis dahin diese Scheißkarte von Telekom ankommt, einen Livestream zu machen bei der Fahrt dahin und auf der Rückfahrt. Also so Handy-Style im Auto, keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Ja, geht schon. Ja, irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Vielleicht sogar, wer passt, das hinbekommt mit Live-Map, dass man jederzeit sehen kann, wo wir gerade sind. Das wäre richtig lustig. Erstmal einen Anschlag kassieren. Wie ein Anschlag? Also... Das wäre richtig geil. Naja, jedenfalls, also, wenn ihr so aktuell sein wollt, auch während der Gamescom, während Vlogs, wahrscheinlich täglich kommen, wenn ihr das hinbekommen. Und, ja. Wenn ihr da kein Verpasst wollt, klickt auf die Glocke, gehört zur Glöckner-Crew. Gehört zur Klavier-Crew. Ja, zur Tasten, zur Klingel-Tong. Ach, was weiß ich. Wenn ihr Bock habt, ist sofort mitzubekommen, klickt einfach auf die scheiße Glocke rauf und gut ist. Da wollen wir aber keinen Fall im Namen für finden. Das ist doch Schwachsinn. Ja, Glocke halt einfach. Ja, Glocke. Ich weiß auch nicht, warum man dafür einen anderen Namen verwendet. Hat nicht Apecrum die Glocke-Crew genannt oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe nie wirklich groß viel YouTube geschaut. Letzte Zeit auch extrem wenig. Dembeutal irgendwie Netflix-Trip. Ja, ich auch. Welche Serie da extrem empfehlenswert ist, Scorpions. Ist das richtig geil? Ich schaue eigentlich nur Filme. Scorpions, Modern Family und Mentalist. Und Family habe ich mir mal die ersten zwei Folgen angeguckt. Das ist geil. Wie viele Staffeln gibt es davon? Vier oder so. Wir müssen nochmal zu Ende gucken. Ich bin erst bei zwei. Ja, also, falls ihr da wie... Gap's kaum aktuell sein wollt, einfach auf Twitter folgen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Methode. Oh, der hat mich getötet. Ja, mich auch. Ich habe aber auch einen von beiden. Mensch, da kommen wir genau rechtzeitig zurück. Da kommt gerade einer zu Besuch. Oh. Ah, das ist schön. Den holen wir. Natürlich macht er den Mini-Mit-Checker. Was auch sonst? Mensch, ich finde es ein bisschen fieses, wenn du auf den kleinen Mini gehst. Der kann sich jetzt sagen, wir haben noch nicht wehren. Ich habe nicht mal was gegen ihn. Ich finde es nur scheiße... Ja, okay. Ja, man kann es ihm nach... Egal. Nicht, dass ich damit das gleiche aufziehe, wie ich früher bei Gleichmitte immer gemacht habe. Dass ich immer ihm die Schuld gegeben habe, wenn ich die Bows-Pam wurde. Nee, ich finde Mini als Person mittlerweile nicht mehr so verwerflich wie damals. Ich verstehe einfach nur nicht den Hype dahinter. Der einzige Grund, wie ich mir das erklären kann, ist, dass seine Community eine noch höhere Stimme hat als er. Und das ist nur Offense gemeint. Das ist ganz neutral betrachtet die einzige Möglichkeit, wie ich mir das erklären kann. Den einen habe ich. Den anderen habe ich. Weil alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Warum sollte sich irgendjemand, der selber spielen kann einigermaßen? Weil der krasse Spieler ist er nicht. Das ist halt der einfache Revi-Clickbait-Content. Ja, oder das wahrscheinlich. Ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber so ungefähr 95% aller Revi-Badwars-Youtuber, die man so kennt, haben halt einfach hartes Clickbait. Ja, das stimmt halt. Ja. Was nicht unbedingt jetzt negativ gemeint war. Äh, das ist die falsche Base. Siehst du nicht die Farbe, Mensch? Ja, das ist ganz... Boah, lol, runtergerutscht. Ich habe gesneaket, no joke. Oh mein Gott. Meine Stimme gerade. Du darfst den nicht verwenden, by the way. Was? Nee, nix. Nein. Wenn ich Bock habe, schneide ich das noch raus und mach daraus den Remix. Jo, also ab und zu dir die Arbeit. Voll gerade sagen, nee. Bin ich zu faul. Du bist ja wahrscheinlich zu faul alleine, das Video hier zu schneiden. Ja. Weißt du, wenn eine Ruderteilie hochgeladen wird? Was denkst du von mir? Direkt nach der Aufnahme, Alter. Kommt das auf YouTube hoch. Das Video ist vor dem Subnail fertig hochgeladen. Wenn ich jetzt halt nicht mache, das weiß er nicht. Ein roter ist links. Ja, habe ich auch gesehen. Der dachte wahrscheinlich, dass es unsere Base ist, so wie wir dachten, dass es deren ist. Ich denke mir nur so, er lässt sein Maid alleine. Richtig, Anti-Maid. Mein Bett. Alter, geh mal raus aus mir. Ich habe nur zwei hoch weggeboostet, easy. Jetzt mach das Bett weg. Ja, keine Ahnung, das geht nicht so einfach. Die haben da lauter Scheiße. Ich bin tot. Hatte keine... Fuck, ich habe Angst, dass der andere jetzt bei uns... Oh, scheiße, Block of Ido, der näht sich ja so meins. Kacke! Ja. Ich habe das die ganze Zeit nicht lesen können, da ich immer wieder weggeschubst würde. Jetzt kommt der andere volle Kuh, höchstwahrscheinlich auch mit Gold. Kann sein, dass unser Bett jetzt weg ist. Oh, Robin. Hab's ja, Maid. Super. Oh, doch nicht? Doch, doch, alles gut. Ah, okay. Wenn ihr auch sattet, zieht ihr es auch durch, ne? Also, das Video war jetzt sechs Minuten. Auf zehn Minuten werde ich jetzt nicht mehr strecken. Ihr weiß einfach nur, dass es sechs Minuten Blackstreet hinten dran. Nein. Ja, wie gesagt. Wenn ihr Infos Gamescom haben wollt, Vlogs, wie auch immer. Glocke, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann nicht. Juckt mich nicht. Ist für euch. Und Twitter halt. Weil da ist top, top, top aktuell. Beides in der Beschreibung wahrscheinlich drin. Und, ja, ansonsten App-Klavier und etwas suchen. Ja, vielen Dank an Herbst für diese tolle Challenge und so. Ja, da kommt kein Bild in, oder was? Äh, ja. Die Jugend von heute wird immer unhöflicher. Weiß gar nicht mehr, sich zu benehmen. Du bist nur zwei Jahre, Alter. Ich bin erwachsen, Alter. Ja, genau. Also, man sieht sich. Ciao. Oh, oh.